Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Udin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ne, das nicht, das wollen wir hoch machen, dass ich auch die Zeit so ein bisschen im Überblick habe. Ist jetzt auch ein bisschen kurios, ich sehe wie mich wieder spiegelverkehrt, also auf dem Kopf stehend, aber egal. Und zwar haben mich viele gefragt, weil ich ja oft bei Amazon Einkaufen, wenn ich wieder geile Angebote sehe, ob ich da auch mal ein Video machen kann. Und da habe ich mir gedacht, die Prime Days, was jetzt bis heute Abend, bis zum 11. noch geht. Ich habe gestern schon zugeschlagen, da sind richtig geile Angebote mit bei, kam auch im TV, aber viele gucken ja heutzutage auch kein TV mehr. Da habe ich gedacht, mache ich darüber ein kurzes Video, um euch da zu berichten. Hier zum Beispiel 44% Spahn, man kriegt jetzt den großen Echo Dot für 99,99, eine Playstation. Da habe ich mir auch hier noch ein paar Links weggepackt. Hier zum Beispiel fängt von 149 bis 300 noch was an. Da zeige ich euch gleich, hier kann man dann halt zuschlagen. Hier zum Beispiel ein Echo Dot mit einer Bose Box gleich dazu. Kaffee Vollautomaten bis 66% kann man sparen. Hier habe ich dann mal so eine Seite mit Fernsehern aufgemacht, da kann man dann was sparen. Aber geil ist natürlich hier bei diesem Vollautomaten. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob meine mit bei ist, aber die neue Melitta ist mit bei. Meine ist ja schon etwas älter. Das ist die neue Melitta hier. Die ist auch gut. Oh, die ist ja richtig fit billig. Um der Hälfte billig. Boah, scheiße. Jetzt bin ich echt am... Ich habe nicht die Kohle, sonst würde ich da jetzt sofort zuschlagen und meine verkaufen. Weil die hat, die neue Melitta hat 21 verschiedene Kaffeetypen vorprogrammiert. Da ist auch... Ich habe mir schon die Videos dazu angeguckt auf der Melitta Seite. americano und was da alles mit eingespeichert ist. Machen wir mal einen neuen Tab öffnen. Da hat man dann halt hier oben diese große Display, wie ihr jetzt seht. Oben haben wir dann die Standard Kaffeesorten und ja auch zweimal Kaffeesorten da oben. Also für zwei Tassen. Dann kommen hier unten zwei Tassen raus. Oh, da ist auch das Melitta Zeichen. Ja, das ist bei mir nicht so. Da ist bei mir Chrom vorne. Und dann kann man da auch die Bodenstärke einstellen, die Kaffegröße einstellen. Das finde ich richtig gut. Man kann... Also ich kann das bei meiner Melitta auch. Ich kann... Wenn ich mir... Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Profil vornehme. Also man hat ein Festet-Profil und man kann vier zusätzliche Profile speichern. Und wenn ich dann zum Beispiel mein Profil Odin nehme, da kann ich dann sagen zum Beispiel... äh... äh... beim Latte Macciato. Nehmen wir mal Latte Macciato. Das ist das beste Beispiel. Da kann man einstellen. Kaffee, Milch. Also heiße Milch. Und... Wasser glaube ich war auch noch mit dabei. Wasser brauchen wir. Oder nur Milch war glaube ich auch irgendwie mit dabei. Weiß ich nicht. Ich habe nur Schaum und Kaffee eingestellt. Und Schaum habe ich auf das höchste was geht. Das waren glaube ich 140 Milliliter. Ne 170 Milliliter. Und Kaffee war das höchste 140 Milliliter. Ich bin mir jetzt nicht so genau sicher. Und da kann man sich das dann anpassen. Auch die Kaffeebohnen, also die Stärke kann man anpassen. Das seht ihr ja hier oben auch, wo die Bohnen weiß sind. Und eine ist grau. Das finde ich richtig geil. Also wenn ihr dann zum Beispiel... Ich nehme ja immer den speziellen Milliliter Kaffee. Diesen Stärke 2 oder 3 ist der. Moment. So. Da bin ich auch schon wieder. War die Post. Ja und... Wo waren wir bei Kaffeestärken? Genau. Und da kann man dann wenn man jetzt zum Beispiel Kaffee hat mit Bohnenstärke 3 oder 4. Steht ja immer unten drauf. Auf dem Kaffee. Dann kann man da ein bisschen justieren, dass man da ein bisschen Stärke wegnimmt. Und dann hat man hier auch... Vom Design finde ich sie auch ganz schön die neue. Ist auf jeden Fall eine Überlegung. Ach der Schlauch kommt jetzt da unten ran. Dann finde ich vielleicht... Ist vielleicht ein bisschen problematisch mit dem Abmachen. Okay. Aber hier seht ihr auch schnell hier reinigt. Die Brühgruppe sieht aus wie bei mir. Der Becher sieht ein bisschen anders geformt aus. Aber das rote Lämpchen, also das rote Ding hat dann in der Mitte hoch geht. Wenn das Wasser drin ist. Und das Inneloch an der Seite, da macht man dann den Schlauch rein, wenn er dann sauber gemacht wird. Ah der Anschalter ist jetzt unten. Okay. Ah hier seht ihr auch, die hat auch wieder zwei Kaffeekammern. Da kann man dann halt einen normalen Kaffee rein machen. Und man kann einen Kaffee rein machen für Latte Maggiato und sowas. Meiner hat auch zusätzlich noch eine Kaffee Pulverkammer. Die ist glaube ich hier vorne auch drauf bei dem. Ich habe davor jetzt dann auch wieder eine Frage zu gekriegt, ob ich mit meiner Melitta immer noch zufrieden bin. Ja, ich bin mit meiner Melitta noch megamäßig zufrieden. So, dann haben wir hier zum Beispiel das Echo Dot. Ach nicht Echo Dot, sondern eine große Amazon Echo. Was früher 179 Euro gekostet hat, kostet jetzt momentan 99,99 Euro. 80 Euro sparen, also 44% in weiß natürlich. Genau das gleiche spart man auch. Finde ich geil. Was ich schade finde bei Amazon jetzt, die haben nur Echo, Echo Dot und den neuen Stick. Aber die 4K Box haben sie leider nicht für einen schmaleren Taler drin. Das finde ich echt schade. Hier haben wir dann das mit der Playstation. Hier unten, das für 149 ist die alte Playstation. Also die erste Playstation 4 die rauskam. Wo man den Deckel noch so abschieben kann. Das ist die Konsole C-Klasse. So, dann haben wir hier, das ist die Slim. Für 269, aber mit zwei Dualshock-Controller. Und Silber ist die. Und hier oben haben wir die normale Playstation 4 Pro. Mit einem Terabyte plus Horizon Zero Dawn für 369 Euro. Also das ist doch ein Schnäppchen. Und die haben hier Haufen so eine Sachen. Ich habe gestern zugegriffen bei Assassin's Creed. Ich habe mir den Film Assassin's Creed geholt auf Blu-ray. Habe aber danach gesehen, dass es nur der normale ist. Jetzt habe ich ihn halt nicht in 3D. Aber ja, Hauptsache ich habe Assassin's Creed für meine Sammlung. Hier sind auch in Kürze, was hier demnächst verfügbar sein wird. Switcher werden sie heruntersetzen um 40%. Und dann haben wir noch einen Rasierer. Rasierer. Noch mehr Rasierer. Epilierer. Sims 4. Stromfunkstativ. Oh, so eine Steckdosenleiste, wo auch USB drin ist. Das wäre ja auch was für mich. Oh, ein Käfig voller Helden. Oh, geil. Und hier seht ihr ja auch Filme sind auch mit bei. Dann hier Smartwatches, Fitnessschuhe, Socken, Boxershorts, Technik-Fans. Ja, also da könnt ihr euch austoben. Da haben sie momentan wirklich extrem viel im Angebot. Ich ärgere mich gerade, dass ich letztens so viel für mein Auto bezahlt habe. Sonst hätte ich hier bei der neuen Melitta zugegriffen und hätte mir die neue Melitta gekauft. Die ist nämlich geil. Kann ich euch wirklich sagen. Ich bin mit meiner immer noch zufrieden. So, dann wartet jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch über sowas informiert habe. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Haut auch einen Kommentar runter, wie ihr das gefunden habt, dass ich darüber Bescheid weiß. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi. Seid euer Odin.